Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mich aufs Wochenende freue und ich meinte klar, ohne Zweifel oder auf Englisch, no diggity. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mich aufs Wochenende freue. Warum nicht mehr Pary? Parn ist Ja f*** Ja! Was ist das? Was ist das? Hahahaha Es ist nicht so schlimm wie ich drinken werde, wie ich da. Was ich immer noch zu machen, ist, dass ich ein paar Schlafen bin. Jesus Christ! Holy Fuck! Holy Lord! Bist du anders auf? Du bist so schlimm! Auf der Brunnen, auf der Brunnen und auf der Brunnen, in der Brunnen, dann auf der Brunnen und in der Brunnen. Auf Wiedersehen.